Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um NOx Sensoren. Wie ihr vielleicht wisst, ist der Einbau keine Plug & Play Lösung. Alles Wichtige dazu, das seht ihr nach dem Intro. NOx Sensoren haben die Aufgabe, die Konzentration von Stickoxiden im Abgas zu messen und in ein Signal für das Motormanagement aufzubereiten. Dieses Signal wird dann dazu verwendet, die Abgasnachbehandlung möglichst effektiv zu gestalten und die Emissionen so gering wie möglich zu halten. NOx Sensoren gibt es für PKW, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge, egal ob das Benzin- oder Dieselmotoren sind. Sie können einzeln verbaut sein oder paarweise vor und nach dem Cut. Der NOx Sensor besteht aus dem Sensormodul, dem Verbindungskabel und dem Steuergerät. Diese Teile dürfen nicht einzeln getauscht werden. Sie sind nämlich zusammen werkseitig kalibriert. Wenn ihr Einzelteile austauscht, ist die Funktion später nicht mehr gegeben. Weiterhin solltet ihr im Bereich des Sensors keine Silikonsprays, Ölsprays, Fette oder Sonstiges verwenden. Auch das Gewinde des Sensors selbst nicht zusätzlich einfetten. Hier ist bereits bei diesem Sensor Fett aufgetragen. Hier müsst ihr nichts weiter tun. Übrigens, das Sensormaterial im Innen des Sensors kann bei längerer Lagerzeit Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen. Das heißt, es kann vorkommen, dass ihr den neuen Sensor einbaut und er zeigt einen Fehler an. Dieser Fehler oder diese Feuchtigkeit geht aber weg, sobald der Sensor seine Betriebstemperatur zum ersten Mal erreicht hat. Ihr könnt danach den Fehlerspeicher löschen. Apropos Wasser. Wenn ihr das Fahrzeug in die Werkstatt fahrt und ihr seht schon, dass Kondenswasser aus dem Auspuff rausläuft, dann müssen bei euch die Alarmglocken angehen. Denn dann ist sehr viel Kondenswasser in der Abgasanlage. Ihr müsst vor dem Einbau des neuen Sensors unbedingt möglichst viel Kondenswasser aus der Abgasanlage entfernen. Am besten eine größere Strecke fahren, dass die Abgasanlage richtig heiß wird. Das ist der Garant dafür, dass die Abgasanlage frei von Kondenswasser ist. Nach dem Ausbau des alten NOx-Sensors solltet ihr euch diesen Bereich des Sensorkopfes mal anschauen. Ist dieser schwarz durch Öl verfärbt bzw. weiß durch übermäßige Handstoffeinspritzung, solltet ihr die Fehler an dem Fahrzeug nochmal genau diagnostizieren. Wenn ihr jetzt den neuen NOx-Sensor einbaut ohne Diagnose, ist der nach kurzer Zeit wieder zerstört. Deshalb die Motormechanik mal überprüfen bzw. die Handstoffeinspritzung. Vor dem Einbau des Sensors prüft bitte das Gewinde in der Abgasanlage. Nicht, dass ihr den neuen Sensor eindreht und beschädigt gleich das Gewinde oder erreicht nicht das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Drehmoment. Danach muss die Verbindungsleitung an den fahrzeugspezifischen Befestigungspunkten wieder eingeklipst werden. Schaut mal nach, dass die Leitung nirgendwo scheuert oder irgendwo eingeklemmt ist. Und dann solltet ihr euch unbedingt nochmal die fahrzeugseitige Steckverbindung bzw. das Steckgehäuse anschauen. Denn hier, gerade wenn NOx-Sensoren am Unterboden verbaut sind, kommt es oft zum Wassereintritt in das Steckgehäuse bzw. zur Oxidation. Wenn ihr jetzt den NOx-Sensor mit dem Fahrzeug verbunden habt, müsst ihr ihn mit dem Diagnosegerät konfigurieren bzw. anpassen. Hierzu schließt ihr am besten ein Batterieladungserhaltungsgerät an, danach das Diagnosegerät und einfach die Anpassung, die Konfiguration starten. Nach der Anpassung ist das System betriebsbereit und ihr könnt eine Probefahrt durchführen. Schätzt fast vergessen, diese Kappe befindet sich auf jedem Sensorkopf des NOx-Sensors. Die hat den Sinn, dass der NOx-Sensor bei einem Transport geschützt ist und keinem Beschädigten unterliegt. Die Kappe also erst kurz vor dem Einbau von dem NOx-Sensor entfernen. Der NOx-Sensor bzw. die ganze Einheit könnt ihr als Messgerät oder Messinstrument betrachten. Deshalb geht es sehr vorsichtig damit um. Zieht nicht an dem Kabel, lasst den Sensor bzw. die ganze Einheit nicht fallen. Geht sehr sensibel mit diesem Teil um. Das war es aus dem RAP-Expert-Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal.